Hi, Veronika ist hier. Das ist das vermutlich letzte Video mit dieser Kulisse, also hier in diesem Raum. Deswegen gibt es wahrscheinlich demnächst Veränderungen. Und ja, ansonsten zeige ich dir in diesem Video eine Übung zu Bauch, Beine, Po mit dem Gymnastikball. Danach wurde ich gefragt, deswegen gehe ich darauf jetzt hier mit einer Übung ein. Vorher möchte ich dir noch mal meinen magischen Bauchvektor hinweisen. Wenn du eine definierte und eine durchtrainierte Figur haben möchtest, bekommst du dort alles weitere, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und so wie Wissenswerte, wie du das erreichst. Klick hier oben drauf, oben links auf den Link, trag dich da jetzt ein und komm dann hier wieder zurück zum Video und mach diese Übung mit. Dann bist du gut gerüstet. Also ich habe auch bei einer Po mit der Übung. Du lehnst dich hier, also du stellst dein Bein auf, lehnst dich hier so an den Gymnastikball. So, streckst das rechte Bein aus, puh ein bisschen nach vorne und jetzt stützt du deinen Arm hier auf und hält deinen Kopf. Geraden Rücken machen und jetzt einfach immer das Bein nach oben heben. Und ausatmen, wenn du das nach oben hebst. Und Arme am besten hier einstützen. Das geht auf die seitliche Gesäßmuskulatur sowie die seitlichen Bauchmuskeln und natürlich noch die Tiefenmuskulatur, weil du durch dieses Wackeln hier auf dem Gymnastikball das ausgleichen musst. Also auch für Stabilität ist es gut. So, du kannst diese Übung natürlich erschweren, wenn du den Arm hier ablegst und immer mit dem Oberkörper noch zu deinem Bein gehst. Also, puh, 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 puh. Genau, dann erschwerst du das. So, das ist die Übung. Mach sie direkt mal nach. Vergiss die andere Seite nicht. Also, dass du das mit dem anderen Bein machst. Und zwar so. So, und dann mit dem linken Bein. Ja? Ja, ich sehe mir die Gymnastikbellen immer super aus. Für die hier draufsteige, sieht bei mir immer ein bisschen witzig aus. Egal. Also, macht diese Übung. 15 Wiederholungen ungefähr. 2-3 Durchgänge. Und dann bist du schon gut gerüstet mit deinem Po-Training für zu Hause. Ja, weitere Trainingstipps sowie Anleitungen für neue Übungen und Rezepte findest du, wie gesagt, in meinem magischen Bauchweg-Turbo. Wenn du hier oben links draufklickst und dich da jetzt einträgst, dann freue ich mich, wenn ich dich da sehe. Also, mach dich fit für den Sommer. Ich sehe dich dann im magischen Bauchweg-Turbo. Ich freue mich auf dich.